das ist ein 2000 meter winker echt der schnee das ist krass, da sind wir alles gefahren da sind wir die letzten zweieinhalb tage hochgefahren gute Nachrichten, wir sind jetzt auf 1946 und so wie ich das hier auf Navi sehen kann sind es noch gefühlte 5, 6, 7, 8 km bis zu dieser anderen Straße, die dann zum höchsten Punkt fährt ich sehe hier schon den Gipfel 2510 jetzt ist es fast schon Endspurt total geil daneben ist sogar noch ein anderer Gipfel da fahren wir nicht lang in 2670, es geht immer höher in die andere Richtung wir machen wahrscheinlich nur die 2,5 nur ist gut und dann wieder runter drüben da oben machen wir dann eine schöne Pause und essen erstmal was vielleicht kann ich sogar ein Schneeball machen ich bin zuversichtlich, es wäre cool ja ja du bist offiziell auf 2000 Meter Mini genau da wo du bist, das trifft es ganz gut jawoll ja die Uhr sagt 2000 geiler Scheiß schwing mal hierher das ist dein 2000 Meter Winker wohin 2011 wenn wir auf 2020 sind, sind wir in der Zukunft wohin 2024 ich bin in der Zukunft und in der Zukunft liegt Schnee unglaublich ja echtes Schnee fang oh geil rokanischer 2024 Zukunftsschnee okay unsere erste marokkanische Schneebeischlacht oh Mist oh Mist du musst auch zurückwerfen das ist keine Schlacht ja natürlich holen wir Schnee Achtung oh Mist ha 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 dann helfen wir haben ihn gefangen hier mir ist lustig aber kalt hier oben rechts befindet sich wohl die Straße die uns Richtung Marokkan springt von dort aus geht es dann nochmal so ungefähr 100 Meter hoch und dann müssten wir eigentlich an dem höchsten Punkt sein unten sind wir gestartet mit Büschen und Dornen vereinzelte Olivenbäume und Palmen zwischendrin ist das ganze dann ziemlich kargen Stein gewichen und dann kamen so allmählich die Bäume und umso weiter man hochkommt umso dicker und stärker werden sie auch und wenn man dann irgendwann wieder eine gewisse Höhe erreicht hat werden sie wieder kleiner bis sie verschwinden richtig cool diese Zonen mit zu erleben da oben wachsen zum Beispiel überhaupt keine mehr jetzt da ist nichts mehr da ist die Baumgrenze erreicht da ist die Baumgrenze erreicht da sind ja alles gerade siehst du das? ja krass da sind wir alles gerade mit eigenen Füßen Wahnsinn da holst du gar ein Baby ich weile auch gleich das ist krass das ist alles gefahren was? das ist krass ja ja geil ach ja der legt mich auf den Arsch oh danke für deine Motivation wir grenzen uns doch ja super ja super noch 109 Kilometer nach Marrakesch da sind wir die letzten zweieinhalb Tage hochgefahren Schnee, sind schon viel sogar jetzt geht es noch 150 Meter hoch und dann sind wir auf 2300 Kilometer und dann geht es runter das ist jetzt hier oben gut dass wir diese schöne Strecke gefahren sind, ich kann es jedem empfehlen die P1506 hier rauf ist geil das hier ist die marokkanische Version eines Einrichtungsverkehrs wenn bei uns so eine Baustelle ist mit einer Ampel hier drüben da waren wir alle fern er macht ein Feuer und der andere sieht es und dann dürfen die nächsten das ist ziemlich schrecklich hier alles unter Staub kauen wir auf dem Abgas das ist ziemlich schrecklich oh Gott meine Augen da mussten wir gerade durch 2200 da vorne ist der Pass die haben uns schon darauf vorbereitet, dass hier überall Fels und Stein abgebaut wird und deswegen wird es jetzt sehr staubig und wir haben jetzt noch ja immer viel 50 Meter noch hoch dann sind wir auf dem Pass und da gibt es dann erstmal Essen in die Kurve rein hoi Fini 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 Safi Fini Safi Fahin das ist 2260 Das war's, oder? 2260! Ja, voll! Wir haben gerade das Höheprofil ausgecheckt, was uns erwartet. Und das ist ja... Ja, laufen lassen und mal kurz so ein Schwupp und dann... Jetzt geht's bergab! So, jetzt geht's bergab! Voll krass! Das war's. So schön. So schön. So schön! Melli, wenn du nach rechts fährst, ist das rechte Pedal hoch, wenn du nach links fährst, ist das linke Pedal hoch. Sonst stellst du dich auf. Wir haben jetzt schon eine Mordsabfahrt hinter uns, sind auf 1400. Ich habe 23 Grad im Schatten, ist arschwarm. Jetzt geht es irgendwo nochmal ein Stück bergauf und dann runter bis Marrakesch. Ich hoffe, das schaffen wir heute. Also die Seite ist ja mal sowas von urhässlich hier. Geht schon die ganze Zeit so. Zum Glück sind wir richtig hoch gefahren. Schön hoch und hässlich runter. Da geht es ja eh viel schneller, wenn es runter geht. Ganz da oben waren wir. Krass. Wir haben uns jetzt hier auf die nagelneue Straße gefunden. Das sind wohl die Testfahrer. Dahin waren wir. Völlig abgefahren. Wir haben hier gerade angehalten und wollten ein Foto machen. Und dann haben wir uns zwei gesagt, wir haben euch gesehen. In der Wüste nach Merzuga. Und die sind aus Grieftland, aus Amerika. Und haben uns das Griefe geschenkt. Total cool. Wir haben Wasser aufgemacht. Ja, Wasser aufgemacht. Und so unglaublich liebenswürdig, wirklich. Das haben wir bisher noch nicht gehabt. Aufgrund mangelnder Lust weiterzufahren. Wir haben heute genug getan. Wir laufen jetzt hier. Mit einem Biwak. Super geile Aussicht. Wir haben leider nicht mehr genug Essen. Jetzt ist der Rahmen kaputt. Hier und da. Wir sind jetzt beim marokkanischen Radel Doktor. Ich hab Angst. Wir sind im Alkoholladen und jetzt die Hölle los. Weil es so besser ist. Ich war völlig krank. Du möchtest unsere Arbeit? Become a Patron und get your hands on exclusive Patron-only content. Now on Patreon.com Slash Vegabonds World zu verabschiedern. Ich bin heute ein mit der Möchtung. Ich bin heute ein mit der Möchtung. Bis zum nächsten Mal. Ich bin heute ein mit der Möchtung.